Rameda stattet jetzt ihren VW-Transporter T6-Bus mit einer Anhängerkupplung aus. Der Komplettsatz beinhaltet die Zugvorrichtung und den passenden Elektrosatz dazu. Der starre Kugelkopf wird mit der Traverse verschraubt. Die maximale Anhängelast beträgt 2800 kg bei einem D-Wert von 14 kg Newton. Der Kugelkopf ist für eine Stützlast von bis zu 120 kg ausgelegt. Die 13-polige Steckdose liefert auf Pin 9 Dauerstrom. Das Paket kommt mit einem fahrzeugspezifischen Elektrosatz für ihr Fahrzeug. Die Steckdosenhalterung ist fest mit dem Rahmen verbunden. Die Blinküberwachung erfolgt über eine Blinkfrequenzerhöhung. Eine Abschaltung der Einparkhilfe erfolgt automatisch. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird durch den E-Satz deaktiviert. Nach der Montage ist eine Fahrzeugkodierung notwendig. Eine starre Anhängerkupplung ist ideal für den Dauereinsatz geeignet. Viel Fahrer und Gewerbetreibende greifen bevorzugt zu dieser Variante. Es ist die preisgünstigste Lösung zum Nachrüsten, sofern keine Einparkhilfe am Fahrzeug vorhanden ist. Bestellen Sie dieses Komplettpaket zum Festpreis und lassen Sie die Ware direkt an einen unserer vielen Montage-Points in ganz Deutschland liefern. Sofern Sie mit der Bühne und die Knie stecken. Sofern Sie das in der Bühne und die Knie stecken. Sie haben eine Knie im Dauereinsatz für die Knie, also die Knie und der Knie